Hallo zusammen, Ruppi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Beim letzten Mal haben wir schon den Shiros Mix probiert, war ganz okay. Jetzt schauen wir hier das nächste Tütchen an, eine Neuheit von Katjes, natürlich klimaneutral, vegan, ohne tierische Gelatine. Peace and Love, erinnert natürlich an Woodstock, schön bunt, Regenbogenfarben auf der Rückseite. Das gleiche wie beim Shiros Mix, falls ihr das Video nicht gesehen habt, schaut es euch gerne an. Hier 200 Gramm mit drin, hier die Nährwerttabelle. Ganz, 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 ganz wichtig, lasst uns hier nicht lange dran aufhalten und mal schauen, was sie hier Nettes reingepackt haben. Auch hier ein Herz, wo man reinschauen kann und auch schön bunt gegossen hier. Na dann, auch hier reiße ich mal das ganze Tütchen auf, dann sehen wir das nämlich alles auf einen Blick. Ja, das hier ist jetzt richtiges Fruchtgummi in verschiedenen Farben gegossen. Wir haben hier einmal Yin und Yang, typisch. Dann haben wir hier, das ist ein Bus, ein alter VW-Bus. Ja, kennt man, das Peace-Zeichen hier vorne drauf. Witzig gemacht. Dann, was haben wir noch hier drin? Ist das eine Taube, eine Friedenstaube, wie es aussieht, aber ganz schön bunt. Guckt euch das an, der Wahnsinn. Was gibt es hier noch? Das ist noch mal ein Bus. Ja, in einer anderen Farbe, also alles kunderbunt gegossen. Das Peace-Zeichen und hier noch ein Peace-Zeichen, ganz bunt. Was haben wir noch drin? Ja, das Peace-Zeichen mit den Fingern. Okay. Und hier eine Blume mit einem Smiley drauf. Also wirklich alles drin, was dazu gehört, muss man sagen. Dann haben wir hier wieder ein Bus. Okay, dann werde ich das alles mal sortieren und schauen, wie viele Drops wir hier in dieser Tüte haben. 200 Gramm. Und ich habe hier noch ein Motiv gefunden und zwar der Typ mit langen Haaren, Stirnband und Sonnenbrille von der Rundumverpackung. Der ist hier also auch in verschiedenen Farben drin. Und komm, glaub ich spinn. Hier haben wir noch mal was. Noch mal ein Hippie mit Peace-Zeichen im Schneidersitz. Ja, sehr cool, sehr cool. Und ich schmeiß mich weg. Schaut euch das an. Wir haben hier auch noch ein buntes Auge mit drin. Das dritte Auge. Ne? So sieht's aus. Okay. Na dann. Hier mal alle Fruchtgummis, die ich rausgeholt habe. Schaut euch das an. Das sind... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 20, 20, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44. 45 Gummi-Drops. Also mehr als bei den Shiros. Ganz bunt. Ihr seht das Peace-Zeichen mit der Hand am meisten drin. Das runde Peace-Zeichen haben wir auch oft drin. Die Blumen, die Yin und Yang, der Bus, die Taube, der Hippie-Kopf, die meditierenden Hippies und das dritte Auge. Ne? Der Wahnsinn. Ja, die werde ich jetzt mal probieren. Aber ich habe so das Gefühl, die schmecken fast alle gleich. Denn ja, überall ist ein ähnlicher Farbanteil mit drin. Ich probiere hier mal so einen Bus. Ja, auch ganz weich. Haben ein bisschen mehr Biss als die Shiros. Ein bisschen mehr. Schmecken süß. Man kann es nicht wirklich definieren. Probier mal die Hand hier. Nein, kannst du nicht wirklich definieren. Schmeckt so süß-säuerlich, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, wenn man da zu viele isst, kann es einem, glaube ich, auch mal ein bisschen auf den Geist gehen. Kann es sein? Also geschmacklich jetzt auch nichts, was ich nicht schon in diesem Bereich hier geschmeckt hätte. Die haben mir ein bisschen zu wenig Charakter. Ja, aber hier. Alles nur meine Meinung. Ja. Die haben mir ein bisschen zu wenig Charakter. Diese Peace-and-Love-Gummis, da fand ich Shiros doch noch etwas interessanter. Ja. Aber gut, das ist Geschmackssache. Das ist überhaupt kein Thema. Ich probiere hier nochmal eins. Könnt auch gut davon abbeißen. Überhaupt kein Problem. Und komm, hier. Ich esse noch eine Taube. Ja, okay. Also, komm. Würde ich es nochmal kaufen? Fragezeichen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wir haben die zu wenig Charakter. Befriedigt jetzt nicht wirklich meinen Gaumen. Ja. Aber tolle Motive. Die Farben sind der absolute Oberknaller. Da kannst du überhaupt gar nichts sagen. Das ist schon echt bombig. Aber ich kann es nur nochmal sagen. Also, nichts, was ich jetzt hier in dem Bereich nicht schon geschmeckt hätte und für mich nicht auch schon reizvoller war als das hier. Also, Peace-and-Love. Das Motto ist genial. Und ich werde mir jetzt nach diesem Video gleich nochmal den guten alten Klassiker All You Need Is Love anhören. Und ich hoffe, dass ihr alle diese Botschaft in euren Herzen tragt. Okay. Also, schön, bunt, wunderbar. Aber wäre jetzt nicht meine erste Wahl, um es mal ganz nett zu sagen. Okay. Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Peace and Love. Euer Ruppi. Yay. Peace and Love. Peace and Love.